Sehr geehrte Damen und Herren, es macht uns keine Freude, dies zu sagen. Aber nach reiflicher Überlegung mit unseren BeraterInnen gehen wir heute einen außergewöhnlichen Schritt und ziehen unsere Parteien aus einem laufenden Wahlkampf zurück. Weil wir erkannt haben, dass Klimapolitik ohne Klassenkampf nur Gartenarbeit ist. Weil der Bundeskanzler dieses Landes persönlich für die Milliardenverluste im Cum-Ex-Skandal verantwortlich ist. Weil sich unsere Unternehmenssponsoren weigern, eine Kampagne zu finanzieren, die wir nicht gewinnen können. Weil wir so lange unserer neoliberalen Ideologie gefolgt sind, dass uns die Ideen ausgegangen sind. Weil es keinen Appetit mehr auf unsere widerliche, von Schweizer Oligarchen finanzierte Partei gibt. Deshalb bitten wir alle bei der kommenden Wahl in Bremen für eine andere Partei zu stimmen. Eine Partei mit frischem Denken und radikalen Forderungen. Beraten von einigen der klügsten Köpfe. Mit Mitgliedern und KandidatInnen aus der Community. Die nur durch kleine Spenden von normalen Menschen finanziert wird. Wo jedes Mitglied ein Mitspracherecht hat. Eine Partei für die vielen, nicht für die wenigen reichen. Diese Partei ist Mera 25.